Hey ho Leute, was geht? Wir sind's, Gamers of the Year. Also das ist unser neuer Gruppenname quasi. Mit dabei von der Partie sind Deathwaffle und Kudak Doom. Unter richtigen Namen halt Maurice und Niklas. Wir haben uns überlegt, wir machen ein Ranked Team, weil wir jetzt alle Level 30 sind und machen auch Ranked Games jetzt öfters. Die Map ist, glaube ich, Twisted Treeline heißt sie. Also gewundener Wald. Und Ranked Games sind halt quasi um ne bestimmte, ist quasi wie in ner Liga spielen, glaube ich, oder? Ja. Maurice spielt zum dritten Mal in nem Ranked Match Draven. Vierten, wenn ich bitte. Vierten? Ja, vierten. Achso, also er hat schon Erfahrung mit ihm. Und Niklas ist auch gut mit Zinscht. Und Master Yi, also ich kann ihn spielen. Er ist ne Notlösung, da Filz zwei Mainchamps gebannt wurden. Das waren Timo und Kessix, die ich halt gespielt hätte. Bloß das gegnerische Team entschied sich halt dafür, diese beiden Champs halt direkt zu sperren. Zu sperren. Was level ich denn bei ihm als erstes die Kuh, ne? Ja, natürlich. Gehen wir in die Mitte oder oben? Weiß ich nicht. Was sagt unser... Achso, und äh, noch kurz davor, Goti LP. Abkürzung Goti kennt vielleicht jeder irgendwie von Spielen, so mit Game of the Year Edition zum Beispiel. Und ist halt auch die Abkürzung für Gamers of the Year. Und LP halt dafür halt nur, dass wir aufnehmen. Also let's playen. So, und Jungs, ich erhoffe mir eine gute Runde. Wir haben ja schon lange kein Video mehr. Ich glaube, das ist zwei, zweieinhalb Wochen her ungefähr, seitdem das letzte Video hochgeladen wurde. Von daher wäre das jetzt auch mal wieder nötig. Und ich habe zum Glück das Problem mit der Grafikkarte, äh, mit dem Grafikkartentreiber gelöst. Nämlich hat die neuste Version, so ein Beta-Driver für meine Grafikkarte, also die GTX 680, äh, einen bestimmten Freeze ab der ersten Minute ausgelöst, wodurch ich dann die ersten Minuten halt im Spiel gefehlt habe. Und das wäre in einem Ranked-Match, hier speziell, äh, tödlich. Wollen wir sie von hinten angreifen? Können wir machen. Vielleicht hätte einer von vorne kommen sollen. Komm, was runter gehen. Wo sie jetzt sind. Da. Niklas, hast du GIF gelevelt? Nehme ich mal als Ja. Scheiße, Mikro, ey. Ich bin wieder gemutet. Warum misst du das? Ich hab das, äh, so, so an der Seite von meinem Stuhl rumhängen und manchmal klebe ich das mit meinen Beinen ab. Okay. Du musst da aufpassen, nicht, dass du die ganze Session dann nichts mehr sagst. Ja, also irgendwann merkt ihr ja auch das, was nicht stimmt, also. Die Altäre können jetzt eingenommen werden. Soll ich runterkommen? Könntest du machen. Äh, es wird dir halt wahrscheinlich auffallen, dass du nicht da bist. Ach du Scheiße. Haut sie gerade ein bisschen damage raus. Scheiße. Aaaaaah. Aaaaaah. Ein bisschen? Witzig. Die scheiß Ringe, ey. Die kommt auch so schnell vom Level hoch, ey. Weil ich halt mit dem Fernkampf nicht da nah rankomme. Sonst geht ein Maurice halt nach oben. Wäre, wäre auch eine Möglichkeit. Maurice, willst du das machen? Er geht nach oben, gut. Muss nicht mit mir reden. Die kommen auch nach oben. Die kommen nach oben. Oder nehmen den Altar ein. Die nehmen den Altar ein. Komm her. Wo wir nicht leben. Nico ist zurück. Ja. Wir kriegen mich nicht. Oh, ey. Flasht sie auch noch hinterher. Sondern. Ein Eil nach unten fällt. Ich zeige euch den Weg. Gut, dann gehen wir nach unten. Lass mir doch die wenig eins. Unten gibt's genug für dich. Scheiße. Ja, in dem letzten Game haben wir auch am Anfang verloren. Ärgert mich trotzdem, dass ich erstmal den ersten Tod für die gebe. Ah, da macht die Damage. Das ist so übertrieben. Er hat ja schon drei Kinds. Er hat mir eben mit dem normalen Angriff 400 Damage gemacht. 400. Ist auch schon ein Level 5. Geil, ne? Mhm. Richtig viel Spaß. Ist das echt Crit Plank? Also, momentan sieht es mir ja nach AD aus. Ja, der sieht ja nach Tank aus. Wollen ja einen Tank. Aber der kann ja auch Crit Runen haben, so ist es nicht. Alter, ein Schuss von mir macht 100 Damage. Ich will mich gar nicht treffen. Verarschen? Was ist das für eine Fähigkeit? Er wird noch nie von ihr gesehen. Welche? Was? Dieser Stoß da irgendwann. Ja, das ist eher hochwerfend. Es trifft all ihren Bereich um. Im kleinen Bereich um sie herum. Maurice, Vayne ist doof, ne? Geht immer auf die Nerven mit dem Ring. Auch irgendwie kommt runter. Jawoll. Hat die halt wirklich ihre Ulti gewonnen? Echt? Nein, ich dachte es gerade. Auf einmal kriege ich, glaube ich, so einen riesigen Pfeil ab. Ich will mal versuchen, den Altar einzunehmen. Und so, die liegt mir mal weit voraus mit den Jungen ganz. Wie viele hatten die schon? 47, und die kommen runter. Die kommen in die Kopf. Boah, habe ich gerade einen Leck. Was ist das denn? Ich kann... Oh. Ist doch so unnötig. Ich hasse diesen Champ. Er ist verflucht. Ja, das wird eine Scheiß-Runde. Versauen wir gleich unsere Gruppe. So, aber und nicht mit fairen Mitteln, wie die gespielt haben. Erstmal meine beiden Lieblings-Champs gebannt. Ja. Ja. Alter, die macht... Oh, ich habe so Lecks, wenn ich bei ihr in der Nähe bin. Das ist so unnormal. Mein Ping rastet gerade auch richtig aus. Nee, der liegt bei 66. Ja, das ist ja auch eine 32.000er Leitung. Trotzdem ist das für eine 32.000er eigentlich richtig schlecht, ne? Ist das okay, wenn ich irgendeinen Tower rette? Mach los. Ich zeige euch den Weg. Oh. So, Kevin, was wollen wir denn da machen? Da können wir nicht. Ich bin da nicht mal Level 6. Wenn ich Level 6 bin, könnte ich vielleicht was machen. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Nee, die schlitt noch. Kriegst du den Kill, war klar. Warum kriege ich den Kill? Weil ich sie nicht hitten konnte. Und dein Gift hat als letztes gehittet. Was haben die eigentlich für einen Ranked-Team-Namen? Richtig schlecht. Büsou. In der Turm steht noch. Oh. Mein Gott. Wow. Ich bräuchte einen Heimerdinger. Ja. Der Heiler von Zitou. Ja, Maurice, warum hast du Heimerdinger nicht genommen? Was war das? Ich sollte auch keinen AP-Chimp nehmen sollen, ne? Ganz ehrlich, die sucken ja richtig. Außer Dingens. Aber der wurde ja gebannt, leider. Also, da habt ihr eine Runde verpasst. Es war auch echt ärgerlich, dass wir die nicht aufgenommen haben. Ich zeige euch den Weg. Wieso? So. Es hat Gangping sich das in der Mitte geschnappt. Da war ein Ping von 400. Wir lassen sie ja nochmal ein bisschen pushen, die in Tower ist, und dann treffen wir sie ein bisschen. Eh so, dass sie schnell flichten kann. Ja, die können richtig gut flichten. Die schießt einen weg und dann... Weil sie es eh nicht dafür haben. Wir nehmen das da jetzt ein. Und alle. Nee, die wollten uns nur herlocken. Wir sitzen da wahrscheinlich alle im Gebüsch. Guck, Rain hat da oben auch nur gewartet. Das wäre voll die Falle gewesen. Wir pushen jetzt oben. Nehme ich mal an. Ah, ne. Ah, sie ist jetzt hier. Ah, da ist sie es. Oh, komm her. Witz wie verarschen, was war das? Komm, sie sind alle zu dir. Meist die doch nicht zu mir. Ich hab sie exhausted. Aber die ist noch tot, die stirbt. Nee, ich glaub nicht. Oh, mein Gott, ey. Die hat fünf Leben. Ich zeige euch den Weg. Sie ist bestimmt da. Macht keinen Spaß. Habt keine Angst vor dem Unbekannten. Warte, wie viel heilt Riccardi? Wie viel heilt die sich auch? Ja, die hat auch schon die Klinge des Geschlissenkönigs. Loll, jetzt bin ich tot. Boah. Ne, also, ich weiß nicht. Das ist ein Scheiß-Champ. Ganz ehrlich. Und Timo wollen sie verschlechtern. Ah! Ich find das total fies. Die Champs, die ich spielen kann, die verschlechtern so. Ah, geil. Ja, toll. Jetzt ist er fertig und dann... Das ist so unnötig. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten surrendern. Hey, die spielen 12 zu 1. Halleluja. Sind die eigentlich... Ne, die sind auch so auf dem Level wie hier, ne? Vom Ranked Level her. Ja, beim letzten Mal hatten wir doch auch, weil ich hier die 28 Sieger hatte. Okay. Ich rechne hier mit 10.000. Weiß eh, dass wir jetzt unten pushen werden. Oh. Er ist weg. Ja. Ich will den vornen. Die Ex-Rechnung. Ich hab hier hergezogen für dich. Auch sauer nett von dir. Jetzt mich doch. Oh. Oh. Ein Wunderschön. Ich hab keinen Bock mehr. Die Runde ist so bedrückend, ey. Ganz ehrlich. Das ist Crit Plank. Boah, der Slow. Boah. Alter, den Wegstand. Geht gar nicht. Warte, wenn ihn kommt. Hast du das an der U? Sie wollte gerade auf dich drauf springen. Das würde ich gerne machen. Nee, push hoch. Ja, komm her. Du denkst, du wärst geil, ne? Du denkst, du wärst geil. Ja, und sie hat Sonjas. Sie Sonja hat den Scheiß, ey. Ja, Crit Plank, ne? So unnötig. Und hier, guck mal, wer hier oben gerade kaputt macht. Ja. Ich glaube, wir haben die Runde eh nicht mehr gewinnen können. Nee, ganz ehrlich, da haben wir scheiß Helden erwischt. Beziehungsweise ich hab' scheiß Helden erwischt, ganz ehrlich. Oh nein, ich bin gestorben. Den spiel ich nie wieder. Nie wieder. Der Damage von der Kuh, ey. 500. 500. Die haben ja auch schon einiges an Items, ne? Ach ja. Hast du gesehen? Was ist mit dir, Fee? Ich hab voll Angst, Mann. Ich bin für's Renderen, ganz ehrlich. Geht das leider nicht. Doch, wir können ja für 15 Minuten. Ja, komm her. Ach, sie stunt mich gegen den Individuen, ey. Oder wollen wir ehrenhaft verlieren? Zumindest für unsere Zuschauer. Ehrenhaft verlieren, natürlich. Ja, komm her, ey. Komm her, ey. Ich denk, sie wär geil. Seit wann wird die eigentlich unsichtbar? Mit ihrer Ultwür... Ha, ha, ha. Hure. Tut mir leid. Ihr Lacker hier, komm her hier. Krieg gleich eine, ey. Die hätt ich auch mal wieder spielen müssen, aber ich kann die gar nicht mehr so gut. Ich zeige euch den Weg. Obwohl, ich hab damals durch Lukas mit ihr angefangen, ne? Weil Lukas meinte, die ist richtig gut. Weiß nicht, dann kam die Phase, wo die dann Kessix und so dazu kam. Also richtig gut ist nur der Champ mit dem man schon kann. Und... Ich weiß nicht, ich konnte sie nie richtig ultra gut. Die weg. Und da macht mir sehr viel Spaß. Ja. Bleib mal da oben, wenn sie nicht jagen, greift das Viech einfach an. Wäre ne Option, ja. Ja, aber... Ja, die Puschen-Eggerad-rösten. Jetzt will er mich töten. Jetzt hat er Blutgeleckt. Oh, wir können nicht attackieren. Gucken wir, wie der mitschie will machen. Gegner ist gegen dir. Jetzt kommt wieder sowas wie Lacker oder so Nist. Oh, leck. Ah, jetzt komm her. Töte mich, Crit Plank. Ich hab kein Problem damit, die Runde ist sowieso vorbei für mich. Ganz ehrlich, so ne Scheiße hab ich gebaut. Ich hab zwar 123 Minions, ich hab die meisten Minions, aber was bringt's mir? Panna, Tuport. Sag ich jetzt schonmal. Maurice wird von den Minions fertig gemacht. Nein. Lebt doch. Oh, das war scheiße. Ja, das war keine gute Runde. Wir werden uns bessern und das werdet ihr vielleicht schon in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.